Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 22. März 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 973. Heute mit den folgenden Themen. Google Podcasts, Teeple, Terraria, Controller Support, Huawei Char und Pamu Quiet. Ich beginne gleich mit dem ersten, einem Podcatcher aus dem Hause Google, der in Beta ist. Also zumindest, wenn man die Beta der App installiert hat und somit vorab schon gewisse neue Sachen austesten kann, dann hat man vielleicht schon mitbekommen, dass der gesamte Look und Feel deutlich cleaner geworden ist. Das Ganze schaut ein bisschen weniger überfrachtet aus und es gibt auch neue Funktionen. Neu sieht man zum Beispiel unten rechts ein Herzchen, da kann man drauf drücken. Und das heisst nicht, dass man diese Folge speziell mag, sondern dass man mehr von diesen Shows hören möchte. Wenn man unten rechts dann auf die drei Punkte drückt, dann kann man auch einen Daumen nach unten, zeigt mir weniger von diesen Shows, also wenn einem etwas weniger gut gefallen hat, klicken kann. Das und weitere Möglichkeiten gibt es wahrscheinlich nächstens dann auch in der finalen Version. Deeple ist die von mir mehr genutztere Übersetzungsmaschine oder Übersetzungstool, was es gibt. Das gibt es ja im Browser, aber auch als App für den Rechner, zumindest unter macOS und Windows gibt es da eine App dafür. Das Ganze kann man kostenlos nutzen in einem gewissen beschränkten Raum und mit beschenkter Grösse. Man kann aber auch ganze Dokumente etc. übersetzen lassen, ohne dass man es da umständig, in Anführungsschlusszeichen, rüberkopieren muss. Dann muss man aber die Premium-Variante sich aneignen und ein bisschen Geld in den Topf schmeissen. Was ich auch nicht verkehrt finde, denn im Gegensatz zu Google Translate, finde ich, macht das hier den Job doch deutlich besser. Warum erwähne ich das Ganze? Es sind 13 neue Sprachen dazugekommen. Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Estnisch, Finnisch, Griechisch, Ungarisch, Lettisch, Litauisch, Rumänisch, Slowakisch und Slowenisch sowie Schwedisch sind neu mit dazugekommen. Wer da also Freunde, Bekannte oder Online-Dating-Dings-Bummens hat, sollte sich dem Tool mal ein bisschen widmen. Vor einigen Wochen, es sind glaube ich sogar schon fast zwei Monate her, gab es auch hier in der Daily eine Meldung vom Entwickler, der hinter Terraria steht. Nachdem Google das offensiv beworben hat, haben sie gleichzeitig dem Entwickler auch seinen privaten YouTube-Account gesperrt und somit die ganzen anderen Daten in seinem Google-Account. Und er hat da boshaft in die Welt geschrien und wir auch mit, dass er die App für Stadia einstellen wird und nie wieder was für Google machen wird. Anscheinend ist da ein bisschen Geld, Gespräche sind da im Gange gewesen und die App gibt es jetzt, oder das Spiel gibt es jetzt doch für alle Stadia-Nutzer. Für knapp 10 Euro Währungseinheiten könnt ihr euch das Spiel kaufen und dann spielen. Weiter geht es mit mehr Spielen und das ist der Controller-Support, den ich erwähnt habe. Xbox Game Pass. Wer die App unter Android hat und auch da wieder die Beta, also für Leute, die vorab schon gewisse Dinge ausprobieren und testen möchten, die konnten feststellen, dass das Surface Duo von Microsoft zum Beispiel jetzt endlich einen Sinn hat. Der Dual-Screen-Support kann jetzt so genutzt werden, dass im einen, in dem Fall dem oberen Bildschirm, das Spiel dargestellt wird und im unteren, somit dem zweiten Screen, der, wie sagt man, dem Controller eingeblendet wird und man so dann einfacher spielen kann. Wie gesagt, Foldable haben endlich einen Sinn. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen Beitrag verlinkt, wo ich euch erkläre, sofern es euch interessiert, was Huawei Share genau ist und was das Ganze kann. Finde ich, wer in der Android-respektive Windows-Welt unterwegs ist, ein sehr, sehr interessantes Feature, was vieles, was ich von meinem macOS liebe, auch da jetzt zugänglich macht. Und ich hoffe, und da ein Aufruf in Richtung Huawei, dass sie diese Schnittstelle öffnen, denn ich möchte Huawei Share an allen möglichen Geräten sehen, wie zum Beispiel ein Fotoapparat oder was auch immer, anderen Computer, an Druckern und so weiter. Das wäre doch definitiv nicht der verkehrte Weg. Und ganz zum Schluss noch ein Hinweis auf das neueste Video von Pogipsi Network. Ich habe euch ein Video zu den Padmate Pamuquait in ihren Kopfhörern, die wirklich günstig sind, knapp über 100 Währungseinheiten kosten und ein sensationelles ANC haben. Und die in meinen Augen schnellst verbindenden Kopfhörer, die habe ich nicht mal aus der Schatulle draussen, schon sind sie mit verbunden. Und bis sie bei mir im Ohr landen, höre ich noch ganz knapp, dass sie jetzt schon verbunden sind. Das, was bei anderen erst nach so gefühlt zwei, drei Sekunden eintritt. Also ganz, ganz spannender Kopfhörer. Und dazu gibt es nächstens ein weiteres Video, denn ich habe auch die Mini-Version davon aktuell im Test. Und die sind noch günstiger für irgendwas um die 60 Währungseinheiten, haben auch ANC und alles Mögliche. Aber genug der Werbung für das neueste Video. Euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.